hey leute und herzlich willkommen zu einer kleinen folge dieser kleine ankündigung diesmal jetzt schon früher wenn ich war noch ein paar videos geplant sind zwei drei videos geplant aber es klappt ja nicht mehr schneiden und ich habe keine zeit mehr wenn sie schauen dass ich es gerade aufnehme es ist also ich habe in einer stunde einen trappen und ich hoffe es ist da nicht an mir zu schneiden das ding ist ich von gestern habe sogar drei stunden lang ein video geschnitten den dritten part von dem also es dauert immer so drei stunden den dritten part von den 13 halb Stunden video aber auf einmal klappt es irgendwie nicht und ich muss mal gucken also das stört die ganze zeit ab und deshalb muss ich mal gucken wenn ich wieder äh genau keine ankündigung ich bin zwei wochen auf Kost oder Kost wie auch immer in Griechenland also jetzt wenn ihr jetzt morgen auch noch Mittag der Freitag ich fliege am Samstag noch also quasi morgen und ich hoffe jetzt einfach wenn ich mir Tasche packen noch mit dem Treffen und so ein bisschen morselig ist und in der letzten woche alles in Ruhe machen alles gestalten wenn ich wieder da bin ich bin also zwei wochen verreist und dann muss ich alles in der letzten woche machen und vielleicht in vier Wochen in der letzten ich bin da noch mit Jakob und ähm normal alles in Ruhe aber genau ihr könnt meine Sachen sehen habe ich auch schon auf so gemacht ich sehe dass ich nicht meinen Instagram Namen eingeblendet habe aber bei der kleinen Ankündigung ähm 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 vor vor sogar zwei wochen machen oder doch 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 okay oh scheiße ich muss ja nicht längst abgehen doch wir machen so ihr seht jetzt hier meinen Instagram Namen eingeblendet und zwar genau jetzt und ähm da könnt ihr doch mal rauf gehen da zeige ich euch ein paar Sachen die ich so im Urlaub mache ich bin mein Bruder da den könnt ihr auch gerne folgen kostju.bln folgt auch gerne Jakob ähm Jakob.wissel.wissel glaube ich kann ich auch mal hier einblenden ich weiß nicht ich bin da ich den Namen jetzt hier auch nochmal ein genauso wie kostju.bln folgt ihn gerne mal ich würde mich auch freuen wenn ihr mir folgt ich stecke sehr viel Arbeit in YouTube auch wenn ich wirklich erfolgreich bin das macht mir Spaß und ich hoffe ihr mögt meine Videos auch schreibt immer gerne Verbessungsvorschläge in die Kommentare ähm Audio nicht so gut was auch immer schreibt gerne in die Kommentare wenn mich sehr sehr freut und ähm genau wir machen jetzt noch so schnell die Fotos und das war auch genau also würde mich freuen wenn ihr ähm auch mal vorbei guckt auf Instagram und ich weiß nicht so äh ich war nicht so schlecht ich muss jetzt drüber freuen genau also ihr sollt mich freuen ähm sonst noch genau also ihr könnt euch freuen in der letzten Ferienwoche äh in der letzten Ferienwoche nicht für alle in der nächsten Woche in den nächsten drei Wochen und dann in drei Wochen nämlich kommt dann ähm der dritte der vierte Part von dem 13er-Häppchenvideo also beide und ähm noch ein M2K ein Video glaube ich noch und vielleicht noch eine Farbenendmontage vielleicht genau so zwei Wochen könnt ihr gerne auch mit Instagram-Kanal vorbeigucken äh unter deinem Account und ich mache das oft an Insta-Stories habe ich auch schon oft gesagt auf Malle gemacht ähm und sonst boah ihr also ihr müssen äh Follower-Anfrage halt senden ich nehme sie natürlich an wenn ihr mir dann noch schreibt dass ihr ein Zuschauer seid äh von meinem Kanal würde mich noch mehr freuen auf jeden Fall ähm wenn ihr mal aktiviert die Glocke äh äh like das Video hier abonniere meinen Kanal ok und dann haut rein bis zum nächsten Mal ciao 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 Ciao